Ja, hallo Leute, es ist wieder der Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung. Dieses Gesetz verstehst du am ehesten, wenn du dich selbst als Magnet siehst, der Ereignisse anzieht, die zu seinen eigenen Bewusstseinsinhalten und Überzeugungen passen. Das passt immer eins zu eins zusammen, deine Alltagserfahrungen und deine Bewusstseinsinhalte. Darum bringt es nichts, über deine Mitmenschen zu schimpfen, über die Gesellschaft zu schimpfen, über deine Umwelt zu schimpfen, wo sie dir doch nur deine eigenen Bewusstseinsinhalte widerspiegelt. Und willst du deine Erfahrungen verändern, dann musst du zuerst deine Bewusstseinsinhalte verändern. Es gibt keinen anderen Weg. Viele Menschen versuchen, sie wollen jetzt gegen irgendetwas pushen, gegen eine Glaubensrichtung pushen, gegen eine Denkrichtung pushen, gegen eine Verhaltensrichtung pushen. Und glauben, wenn sie diese aus ihrem Alltag entfernt haben, geht es ihnen besser. Aber sie werden immer wieder Menschen finden, die nicht nach ihren eigenen Normen leben und leben wollen und frei sein wollen. Also es ist ein unmögliches Unterfangen zu versuchen, die Freiheit anderer Menschen einzuschränken. Die Lösung ist, vertraue der Freiheit, vertraue der Vielfalt, vertraue den Kontrast, vertraue den freien Willen. Wer bist du, dass du den Richter über andere, dass du richtest über andere? Das Universum richtet nicht über die Mitmenschen. Jeder bekommt das, was er aussendet. Das Gesetz der Anziehung reguliert das Universum. Sendet jemand Groll und Ärger und Wut gegenüber seinen Mitmenschen aus, permanent, dann wird er in Streit geraten. Will er die Freiheit seiner Mitmenschen einengen, dann wird er in Streit geraten. Und irgendwann wird er merken, ich muss vielleicht auch an mir selbst was ändern, dass ich immer wieder in diese negativen Situationen hineinkomme, muss ja auch was mit meinen eigenen Bewusstseinsinhalten zu tun haben. Es gehören immer zwei zum Streiten dazu. Einer, der angreift und der andere, der sich angegriffen fühlt. Oder jemand, der sich angegriffen fühlt und angreift. Lass deine Mitmenschen los, du kannst sie nicht kontrollieren. Das ist ein unmögliches Unterfangen. Sei dankbar für die Menschen, die aus der Norm raustreten. Denn sie zeigen dir den Kontrast, der dir selbst und deinen Mitmenschen hilft, neue Wege zu gehen, neue Entfaltungsrichtungen anzugehen. Die Vielfalt ist gut, der Kontrast ist gut. Ohne Vielfalt und Kontrast gäbe es keine Weiterentwicklung der Menschheit, keine Entfaltung in neue Richtungen. Stell dir vor, alle würden nach deinen Normen leben. Die Menschheit würde als solches aussterben. Sei froh, dass es Vielfalt und Kontrast gibt. Begrüße Vielfalt und Kontrast. Es ist der Lebensmotor. Freiheit und Vielfalt und Kontrast ist der Lebensmotor. Kämpfe nicht gegen den Lebensmotor an. Sonst wirst du selbst unglücklich und krank und depressiv. Kämpfe nicht gegen die Freiheit an. Begrüße die Freiheit. Frei sein ist gut. Du musst dich an keine Gesellschaftsnormen anpassen. Du bist nicht hierher gekommen, um dich an irgendwelche Normen anzupassen. Du bist hierher gekommen, um deine Freiheit zu leben, um deine Träume zu leben, um deine Individualität zu leben, auszudrücken. Und tust du das, dann hilfst du deinen Mitmenschen dabei, auch ihre Freiheit, Individualität auszuleben. Individuelle Freiheit ist der Motor des Lebens. Sage dir das jeden Tag beim Aufstehen. Lebe du selbst deine Freiheit und gewähre anderen ihre Freiheit. Du musst gegen nichts und niemanden ankämpfen. Nimm dir selbst deine Freiheit. Folge deinen eigenen individuellen Träumen und gewähre das deinen Mitmenschen. So bist du ein Vorbild für Vielfalt und Entfaltung und Kontrast. Du hilfst damit, deinen Mitmenschen aus ihren Zwängen und Normen herauszutreten. Aus ihren, du musst das so machen und so machen, weil deine Eltern und Großeltern das so gemacht haben. Du musst so und so denken, weil deine Eltern und Großeltern so gedacht haben. Du musst das und das glauben, weil deine Eltern und Großeltern gedacht haben. Leben ist die Weitergabe des Feuers der Freiheit. Gebe deinen Mitmenschen das Feuer der Freiheit weiter. Kämpfe nicht gegen die Freiheit an. Vertraue der Freiheit. Lebe selbst deine Freiheit und gewähre sie auch anderen. Freiheit ist gut. Ich kann das nicht oft genug sagen. Du kommst in Schwierigkeiten, wenn du glaubst, du musst die Freiheit deiner Mitmenschen einschränken. Du kommst selbst aus deinem eigenen natürlichen Rhythmus. Du kommst selbst aus deiner Lebensfreude raus. Weil dein Rhythmus, deine Schwingung und deine Lebensfreude in der Freiheit wurzeln, in der Liebe und Wertschätzung der Vielfalt wurzeln. Versuchst du diese Vielfalt und Freiheit und den Kontrast in deiner Welt einzuhängen. Dann schadest du dir selbst. Du fällst selbst aus der Mitte und dann glaubst du noch mehr, du musst noch mehr die Freiheit deiner Mitmenschen einschränken. Weil du hast ein ungutes Gefühl, weil du aus deiner Mitte gefallen bist. Und dann gehst du gegen diese Menschen vor und dann hast du noch ein größeres Gefühl von nicht in deiner Mitte sein. Ein schlechtes Gefühl. Und dann gehst du noch weiter gegen Mitmenschen vor. Und das schaukelt sich hoch und hoch bis zu Gewalt und Kriegen. Aber der Auslöser ist der Glaube, dass man die Freiheit einschränken muss. Vertraue der Freiheit. Lebe die Freiheit und gewähre die Freiheit deinen Mitmenschen. Vertraue darauf. Gerne helfe ich dir, wieder mehr der Freiheit zu vertrauen. Deinen Träumen zu folgen. Und anderen die Freiheit zu lassen, ihren Träumen zu folgen und ihre Fehler zu machen. Menschen lernen großteils nur aus ihren eigenen Fehlern. Es bringt nicht, wenn du sie zurecht weißt. Sie werden aus ihren Fehlern lernen. Sei ein Vorbild der Freiheit, der Freiheitsliebe und der Vielfaltsliebe und der Kontrastliebe. Dann hilfst du deinen Mitmenschen, ihre Träume zu leben. Melde dich. Ich coache dich gerne in der Freiheitsliebe und in Verfolgung deiner Träume. Melde dich bei mir. Ciao.